ja immer name tag auf letzter stufe na gut dann kann sich schon einsperren und der kann nichts anderes haben auf letzter stufe ist aber ich doch Ich hoffe, das reicht. Ehrlich gesagt sieht das wie eine Kirche aus. Das ist ja noch nicht fertig. Selbst wenn es einer wäre, ich hätte kein Problem damit. Wir beten unsere Welle und schauen uns halt an. Das machen sie ja sowieso. Dank uns kriegen sie Kinder. Ich stehe bei dem Meter? Ich, ja. Also, weil ich eins entschlafen konnte. Was brauchst du denn aus demnächst? Vielleicht habe ich es noch da. Ich suche immer noch blaues Holz für den Keller. Achso, ne. Das hatte ich 40 von gefunden oder so und bin ja dann gestorben. Das ist ja kein Problem. Da kann ich dann bei noch ein paar XP fahren, damit ich die 10 extra herzen vollkriege. Nicht schlafen, Rico. Achso. Ja, dann sag's vorher. Du siehst, was ich hier mache. Ich habe dich nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass du hier bist. Nee, wir haben da vorher noch drüber gesprochen, dass ich den jetzt einsperren könnte. Ja, trotzdem kannst du ja zu Hause sein. Ich habe ja nicht mehr mitbekommen, dass du eben im Dorf bist. Hast du ein Bookshelf mit? Äh, Bookshelf? Ja. Oder kauf bei dir hier vorne eins für 9 Emeralds. Wir brauchen neues Lektron. Uiuiui. Wir brauchen 9 Lektron. Alter, ist der überteuert. Hier. 9 Emeralds. Boah. Death Strider 2, Curse of Vanish, das ist halt eigentlich alles. Der ist echt gut sogar. Curse of Vanish, der ist eigentlich ziemlich gut. Ich bin nicht bezogen auf das Curse of Vanish. Du. Du hast jetzt irgendwas Geiles. Hm, ficken wir an. Schadness 2 ist nicht geil. Viel Spaß. Das ist eigentlich ein Schimpel. Wir haben ein Du-Problem. Ja, komm. Guck mich an. Komm. Du willst mich verarschen? Geht doch. Los, nochmal. Autsch. Na, einer kommt. Könntest du kurz den? Nein. Oh, wow. Du schubst ihn natürlich in die Ecken, die er nicht soll. Okay, das stimmt. Come on! Nehmt er es an? Ja, gut. Ja und ich kann mit dem traden. Nein, brauchen wir nicht. Warte, wenn du da stehst, bringst du nichts. Ja, warte. Ich kann hier stehen noch mit denen dran schreiten. Warte mal. Arschloch. Papistig. Der ist scheiße. Nein. Ach, der andere will, glaube ich, oder? Und der Ganzen. Nein. Jetzt ist der dort, äh. Jetzt guck mich doch mal an. Oh, ey. Den Farling, nein. Feuerspekt, nein. Ah, da ist eine Festung. Ich glaube, du stehst da einer im Weg. So, das ist das. Quick Charge, nein, brauchen wir nicht. Ich guck mal kurz nebenbei nach, was der jetzt haben könnte. Infinity, weiß ich nicht. Nee, brauchen wir nicht. Hab ich vorhin schon geskippt. Äh, Fawns 2. Warte, stopp. Ding. Das ist der hier. Wir haben Fawns 1. Nee. Warte mal, warte, 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 bitte. Auch wenn es Fawns 1 ist, schau dir mal die Preise an. Das ist deutlich besser. Ja, wir können aber nicht mehr auf einen Emerald pro Buch untertraden. Ja, können wir irgendwann. Bis dahin braucht niemand mehr Fawns. Das können wir an sich jetzt schon. An sich ist nicht das, was wir jetzt machen. Äh, Respiration 1, nein. Ich glaub der ganz hinten. Piercing, nein. Nein. Tü-tü-tü-tü-tü, da gibt's Snapweber. Äh, Custom Finishing, nein. Ich hab das kurz rauszutappen hier. Mach du mal weiter, ich besorg schon mal Leder. Wird ja wieder nicht geladen, wenn da keiner ist. Oh, nein. Ich glaub der ganz hinten. Bist du noch was von drüben? Was von drüben? Geht von unserer Hauptstadt zum Bauern. Ob du da irgendwas brauchst? Nee, ich komm ja dann später selber dort an. Wenn ich aus dem Portal wieder rauskomme. Ach stimmt, du bist ja immer noch ein Meter. Ja. Da hinten geht es weiter. Oder auch nicht. Da ging es auch nicht weiter. Gibt es vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, gutzeitig herauszufinden, was... Was, die traden? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Wäre ja aber dann auch wieder irgendwo langweilig. Nee. Weil dann wüsste man ja genau, den braucht man nicht, da tradet nur das und das. So, jetzt bin ich hier und hier und das war es mit der Festung. Oh, wow. Ja, da da. So, da 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 da. Ja. 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 Ja, eigentlich. Ja, drainage. Ned 나. Ist İşte hier irgendwie nicht, wie man ihn neblockiert, sonst kicken wir ja ja auch immer nicht. Und der am besten Papier tradet. Ja, der ein Hyper-Trade hat. Hyper-Trade hab ich verstanden, okay, Entschuldigung. Leute, hier, Black Charm, nimmt es. Das ist ja leicht gereizt. Ja, weil keiner gerade trade am... Keiner interessiert sich für dieses scheiß Black Charm. Das stellt dann eine andere Position. Ich stell den erst in die Fresse rein und keiner interessiert sich dafür. Obwarten. Jetzt. Mehr kann man da auch nicht machen. Ja, okay, den nehmen wir. Und der hat kein Paper. Da geht es weiter, da ist eine Kiste. Was hat er denn? Black of the Sea, den nehmen wir jetzt erstmal und Paper. Das und das, da ist noch eine Kiste. Oh, Dios. Ich fahr jetzt zurück nach Hause. Ich bin nicht da. Dann warte ich. Warum bitte nicht das Sugarcane-Feld diesmal abbauen? Ist noch gar nicht nachgewachsen. War ja keiner da. Ne, ich werde jetzt dann Sugarcane-Feld drüben aufbauen. Wäre ich gegen, ganz ehrlich, weil sonst verhalten wir uns echt nur noch dort auf. Soll ja nicht unser Hauptort sein. Sagen wir es so, wir werden jetzt einfach die ganze Zeit nur noch scheiß Librarians hochziehen. Zumindest ich. Und dafür brauche ich eine Menge Sugarcane, weil ich werde nur noch Sugarcane traden. Wahrscheinlich. Da muss halt immer jemand in der Stadt bleiben. Geht ja nicht anders. Geht doch so lang, wie du nix dagegen sagst, darf er ja theoretisch riesige Zuckerrohrfelder drüben bauen. Ich hab ne bessere Idee. Kommst du oder kommst du nicht? Ich komm gleich da. Also. Ich bin schon mitten bei den Türen. Ich tauche jeden Moment auf die Schräge. Warte. Und zwar jetzt. Nein, ich sehe dich. Ja. Oh. Sorry. Hä? Wo war denn jetzt das Wissenskelett? Hallo? Ich hab's gehört. Das war knapp. Ich hab... Ich höre doch eins. Habe ich noch ein bisschen Quarz? Die Schweinebacken sind über mir. Ich komm auch mal in den Leather. Tja, du kannst es auch so machen. Du kannst finken. Äh... Die anfänglich gebaute Zuckerrohrfarm wer XXL bauen. Die automatisierte. Ja, ich merk. Ne automatisierte Zuckerrohrfarm in wirklich XXXXXL bauen. Aber in der Hauptstadt, bitte. Unter meinem Haus. Ja. Ah, es gab keinen Schädel. Schade. Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Brauchst du die Koordinaten vom Portal? Nö. Noch nicht. Ich bin nämlich noch grad so wunderschön in einer Festung drin. Ich wollte gucken, ob ich vielleicht entweder blaue Bäume finde. XP sowieso. Und... Äh... Rüßerköpfe. Wenn es sich hier schon mal ergibt. Aber das mit den Rüßerköpfen lasse ich erstmal sein. Zu stark? Nö. Ich hab ein volles Inventar. Feo2, wie viele Naterite-Barn hast du eigentlich noch zum Abgeben? Äh... Ich würd neun. Wie du abgibst oder insgesamt? Insgesamt. Fuck, 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 fuck. Ich hab ja grad vorhin ein bisschen den Rüßerköpfen farmt und mit einer schönen Efficiency-Picker geht das halt super easy. Ähm... Ähm... Fotos. F generated wie vor. der Nähe normalerweise blaue Bäumchen geben. Ne, es ist nur komplett random generated. Das hat nichts zu sagen. Das ist scheiße. Tschüss Skelett. Sag mal. Tschüss. Jetzt. Ach, jetzt werden wir zu viele Schweine. Boah, Alter. Und das ist jetzt mit verzauerten Bogen. Legt mich doch fett, ey. Und da ist ein Portal. T2, wie viele gibst du denn davon ab? Und was kostet einer? Gehst du doch selber fahren. Und wenn er es schon anbietet? Ich muss jetzt erstmal nach Hause gucken und gucken, wieviel ich wirklich habe, weil ich meine, ich habe neun. Außerdem, Eike, in Handel ist immer noch besser als, warum soll es sich jeder selbst fahren, wenn es jemand anbietet. Ich kann die Zeit ja auch anders nutzen und sparen. Du hast einfach keinen Bock in die Nesse zu gehen, um zu sterben. Nö, ich bin noch nie im Neter gestorben und ich werde es auch nicht. Das juckt mich nicht. Aber wenn du da gar nicht reingehst, du warst einmal hier drinnen. Ich habe 10 Barren. Aber zum Beispiel auch auf Eldercraft bist du eher eine Person, die wirklich alles selbst macht. Ich würde... Das hier ist aber nicht Eldercraft. 3 Barren wegtraden. Außerdem, da CO2 ja sowieso immer die Preise anhebt irgendwann, werde ich sie mir safe irgendwann selbst fahren, die ich noch brauche. Also, 3 Barren würde ich dir geben. Für? Wie viel Nautilus Shells hast du? Nautilus Shells? Gar keins. Okay, äh... 32 Dias pro Barren. Du weißt, meine Währungen sind keine Dias, weil ich keine habe. 64 Emeralds. Pro Barren? Natürlich. Also, meine Preise sind immer pro Barren. Ich werde dir nicht 3 Barren für 64 Emeralds nur geben. Oh Gott, habe ich so viele? Warte mal. Ja, weil wenn... Hast du noch 3 Pickaxe? Ja. Ja, dann kann ich noch einen anderen Preis nennen. Aber das ist meine, die brauche ich ja selbst. Nee. Du hast ansonsten habe ich noch als Preis 3 Stacks Quarz. Quarz oder Quarzblöcke? Quarz. Auch pro Barren gerechnet. Nee. Pro Block, weißt du. 3 Stacks Quarz für alles meine ich jetzt, für die 3. Nee. Pro Indent möchte ich gerne 3 Stacks Quarz. Ja, ey. Wut, gut. Ah, die Crafty Knob Server. Ah, mit Covel Stone. In-Stown. Einmal 3 Stacks Quarz. Und einmal 2 Stacks. Wenn bereit ist. Danke. Das ist eigentlich der Falscher. Boah. Boah. Das vergesse ich bei denen immer die Tür zu machen. Ähm. T2, weißt du eigentlich, bis wann Deathstrider jetzt geht? Also 2 oder... 3 oder 4? 4 bis 3. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es ist hier ein fucking rotes Bion. Vielen Dank! Blaues Biom. Oh, nice. Wie komme ich jetzt da rüber? Ich muss das Rote, also Gold. Und ich habe noch 2 Slots frei. Schön. Ich habe mir schon mal einen Ort überlegt, wo ich Dings hin baue. Oh, gepriesen sei das blaue Holz. 50 Milliarden Kilometer vom Spawn weg, wow. Dann einmal auf keinen Stellen. Nicht immer Redstone für den Serverjahr. Okay, das sollte erstmal reifen. Das Wichtigste habe ich immer vergessen. Warum redest du so geschwollt? Weil ich es kann. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Vielen Dank.